Nun gut, dann komm ich mal mit zur Base. Okay, return all to base, please. Achso. Okay, naja, komm back. Alle zur Base. Wenn mal wieder einer frei ist, mach ich den ja gerne hoch. So, okay, sie... Schrechte Seite, Charly, Charly? Hm, bin drauf. Ne, Charly ist hinter dem Gebäude. Sie gehen alle auf unsere Base. UAV ist ab, above our Base. Also wer kann eben auf die UAV wieder oben? Okay, danke. Hier ran ja da hinten. Kommt hier oben raus ins Schussfeld. Jetzt haben wir hier nur noch den... Okay, da kommt immer mehr angelaufen, tatsächlich. Ne, komm ein Stück zurück. Du bist gleich zu weit vorne. Ne, zurück. Oh mein Gott, ich hab nen Headshot gemacht. Schön, ich wurde grad vom eigenen Team zerlegt. Sehr schön. Kann ich sein, oder? Ne. Ne. Von Artis. Da kommt der nächste Arti. Ach. Come on ey. Push Echo Seven. Hier hinter dem euren Haus ist er noch. Warte, hier jetzt tot umfallen vielleicht bitte? Oh mein Gott. Julia ist Prime. Noch was? Ach, das war ganz der letzte. Gerade. Ah, ich häng fest. Ich bin neben die Rampe gefallen, verdammt. Ah, der dann zieht hier auf. Der Marauder 2 zieht. Das hier jetzt nen Leckerhappen. Das haben's davon, wenn sie unsere Base knappen wollen hier. Wirklich. Niemand nimmt dir unsere Base. Target destroyed. Target acquired. Okay. So schnell. Da muss man richtig gucken, dass man was abkriegt hier. Mhm. Ja, wenn wir pushen, dann... Dann wie Orcs halt. Geht manchmal so schnell, dass wir erst so bei 9-0 sagen, jetzt können wir mal pushen. Target destroyed. Ja, das war auf jeden Fall... sehr schön, muss ich sagen. Der Fight um die Base. Das macht Spaß. Ja, habt ihr recht. Das ist, äh... Die C-Bild sind das gewesen. 9 Team-Damage. in den 2.